auf die was na ja ich hab gleich blickdorf ich lauf hinter den hangern gerade her in deine richtung ich bin jetzt hinter deiner kamo hinter meiner also ich bin hier gegenüber ich bin jetzt ein zweiter teilweise ach so ja hinter der kam oder eben warst du ich sehe zwei leute zwei leute aus der kam aus der du warst die sind ausgerüstet die laufen deine richtung ich muss gerade einen eingang finden sehr viel um dir helfen zu können zwei leute komplett ausgerüstet militärregier ja wo bist du welche kam der linken also ich sehe sie nicht mehr siehst du sie die aus den augen verloren man sie sind zu dir rüber gelaufen bist du da drin an der tür die sind gerade rausgegangen aus der kamo die komme zu dir ich sehe aber nur ein ich weiß nicht wo der andere ist ich sehe sie nicht mehr what the fuck also ich bin auf der gegenüberlinnen seite von der kamo ne ja ja ich weiß wo du bist du bist also der rechten rex ja von meiner seite ja ja die haben die erste aufgemacht und dann habe ich sie aus den augen verloren ich dachte die sind zu dein zu dir gelaufen ich weiß nicht wo sie jetzt warum sind sie da nicht rein ich habe gesehen dass die türen auf dem stehen innen drin okay ich versuche mal ranzukommen über die westflanke wünsche mir glück wo ist andere weißt du dass ich habe sich drauf da ist keiner direkt davor an die warte shit ich habe keine sicht drauf so ich versuche anzukommen du bist drin ja ich habe sie angeschossen zwei noch am leben zwei dauern was hast du alles down bist du das bist du das okay okay ich cover umgebung macht ihr zu und blute die ja ich kann war hier draußen